Ne, Natururin schon hier dran. Ich hab ne scheiß bekloppte Idee. Ich wollte von Bremen nach Soltau laufen zu Fuß. Äh, vielleicht von 75 bis 80 Kilometer ist das entfernt. Äh, morgen. Ich werde jetzt erst mein Abendbrot machen. Äh, Kartoschka-Fange. Diese Kartoschka. Ich hab diese Kartoschka-Beschneidung gemacht. Hier ist diese scheiß Vorhaut. Diese Kartoschka-Vorhaut. Jetzt mach ich für diese scheiß Pfanne Gemüse rein. Ich hab für diese scheiß Pfanne, äh, diese, ähm, hier, wie heißt das sobald? Gemüse gewählt. Ich hab diese Gemüse hier beschnitten. Hier ist diese Vorhaut. Jetzt mach ich zu gekochen. So, diese scheiß Fräse zu gebraten. So, das ist dieses scheiß Abendbrot, was ich jetzt zu gefräsen. Ne, ich hab jetzt auf gefräsen. Und ich werde euch jetzt mal eine Utesilien zeigen, die ich für diese, meine scheiß Wanderung, äh, mitnehme. Weil mir noch niemand gespendet hat auf Freitfall für, für so'n Wandergepäck. Werde ich meine, diese Oma-Tasche für Pfandflaschen sammeln, mitnehmen. Weil ich ein paar Tage länger wegbleibe, hab ich hier so'n Sack eingepackt mit, 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 ein paar scheiß Klamotten. Dann mein scheiß Rucksack, meine Kosmetiktasche, mein scheiß MP3-Player, meine scheiß Kopflampe, das hat, das hat diese Hell. Ein scheiß Feuerzeug, scheiß Korgummis, Akku-Ladekabel, eine scheiß Powerbank, scheiß Taschentücher. Ein bisschen Magnesium, ein paar Vitamin-D3-Tabletten, ein paar Wulterin-Schmerztabletten. Weil ich vergessen hab, Blasenpflaster zu kaufen, nehme ich meine scheiß normale Pflaster mit. Ein Klebeband, ein Schweizer Taschenmesser. Dann noch eine scheiß Mini-Box, für Musik für zwischendurch. Meine scheiß Sortenbrille, meine scheiß Käppi. Meine normalen scheiß Schuhe, weil ich da ein paar Tage länger bin. Diese scheiß Sportschuhe, die benutze ich dann für, für scheiß Laufen. Natürlich dieser Sack voll mit Kilomotten. Ich werde jetzt erst mal mit beklopptem Wecker einstellen. Um 3.37 Uhr habe ich gestellt. So, ich werde jetzt gleich, ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Und morgen früh dann diese scheiß Dreckswecker kommt. Und, ähm, stört mich. Ich freue mich drauf, bis morgen. Oh, du Scheiße, aufzugestanden. Es ist halb 5 Uhr, Scheiße. Du bist verschlafen. Ich habe gerade Wichsen gemacht und Duschen und meine scheiß Zähne gewaschen. Und jetzt sauf ich scheiß Kaffee und fräße mein, mein Fräßen von, was ich gestern abgemacht habe. Und danach packe ich meine scheiß Sachen ein. Und dann laufe ich los. Ne, ich habe meine scheiß, äh, hier meine scheiß Rolltasche, die ich die ganze Zeit mitschleppen werde, eingepackt. Die ist ganz voll. Ich werde jetzt prüfen, wie viel die wiegt. Das ist, ähm, was man hier, entweder mit diesem Scheißdinger oder man geht es ja auch auf die Scheißdürme. 7,6 Kilo. Und ich werde noch später bestimmt Bier kaufen. Jetzt haben wir 7 Uhr 4. Jetzt laufe ich los. Ja, Tour von Bremen nach Soltau. Start kommt. 2 KM. Ich war gerade bei Kaufland und ich habe mir Bier gekauft, damit ich Bier ertrinken kann. 4,5 KM und ich habe Bier Nummer 2 aufgemacht. Ich gehe auf Toilette. Jetzt weiter zu gelaufen. Ein zweites Bier ist alle. Das ist Sportplatz. Von Schussklinik, wo ich gekackt habe. Hier ist Schussgehweg. Jetzt so gelaufen, der lang. Gucken, wo das hinführt. Oh, Scheiße, dieser beschissene Scheißweg hat mich im Kreis geführt. Das ist voll Scheiße. Jetzt muss ich Umweg laufen, das ist Scheiße. Große Scheiße. Jetzt muss ich noch länger laufen. Das war ein ganzer Scheiß KM, wo ich umsonst gelaufen bin. Ich muss Bienen killen. Ne, 8 KM. Weil ich einen Zehntel geschafft habe. Schon wieder Bier trinken. Schon wieder Bienen killen. Ne, ich bin in Uten. Jetzt laufe ich weiter. So, keine Ahnung, wo. Weiter, da, da. Oh, das ist da hinten hoch. Keine Ahnung, wo, da, da, da gehen. Mal gucken, was mich da hinführt. 10 KM. Oh, Scheiße. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich muss wieder zurücklaufen. Das ist voll Scheiße. Oh, Scheiße. Ich bin hier abgewogen. Schon wieder verlaufen. Da geht es auch wieder nicht weiter. Jetzt muss ich noch mehr Umweg machen. Voll Scheiße. Oi. Ich war doch nicht in Uten. Ich war jetzt gerade in so einem Zipfel von Bremen, was Uten gehört. Ich brauche noch drei KM bis Uten. Bis zum richtigen Ortschaft Uten. Guck mal, hier habe ich eine sinnlose Ampel getroffen. Weil guck mal, in diese Straße, da ist nur diese LKW. Und sonst nichts, dass hier so eine Scheiße abgesteht. Das ist hier mit dem Rot dran. Das kann man üben, das kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Da hinten ist ein Scheiß-Lost-Place. Ja. Ich muss schon wieder Bier gehen. Schon wieder Bier trinken. Viertes Scheiß-Bier. Jetzt weitergelaufen durch Uten. Da hätte ich so ein Scheiß-Schild. Da steht drauf noch ein KM bis Uten. Ja, diese Stelle. Da hinten ist Uten. Und diese Scheiß-Stelle, das kennt ihr noch von meiner 34KM-Wanderung, die ich letztens gemacht habe. Und da hinten. Ich glaube, das sieht man von meiner Scheiß-Kamera nicht. Aber da hinten, da sind diese Scheiß-Hier. Wie heißen die noch mal? Scheiß-Rehe. Ne, da hinten ist Uten-Rehe. Da, wo ich bei meiner letzten Scheiß-Wanderung Süßigkeiten gefressen habe und Bier gekauft habe. Jetzt werde ich da schon wieder Bier kaufen und dann weiterlaufen. Ne, gerade schon wieder Bier gekauft. Ein Sechser-Wickkühler schon wieder. Und ein, äh, ne, zwei. Zwei Rot raus. Habe ich schon lange nicht mehr gesoffen. Jetzt ausprobieren. Kann man gesoffen. Aber schon lange nicht mehr, nicht mehr gesoffen. So, das ist jetzt mein fünftes Scheiß-Bier. Und jetzt noch mehr Bier trinken und weiterlaufen. Nach Richtung Rotenburg. Oder Umgebung. Ne, äh, 16 km. Fertig Landschaft gefunden. Es ist, äh, kurz nach elf. Ne, ich habe jetzt Unterschiede, äh, gemacht. Ähm, ich habe meine Scheiß-Mütze ausgezogen. Äh, damit meine Scheiß-Glärze dunkler wird. Von dieser Vollkühlsonne. Ich mag das. Und ich habe hier meine Scheiß-Mütze ausgezogen. Äh, hier, äh, dran geklebt. Auf meine Oma-Tasche. Äh, um Musik zu hören. Und, und ich habe meine, mein sektes Scheiß-Mütze aufgemacht. Jetzt wird Saufen und Weiterlaufen. Da drüben Pferden gefunden, weil ich den Landkreis werden will. Ich bin bei Burghorst gekommen. Das ist bei Gemeinde Euten. Äh, Landkreis-Pferden. Äh, 17 km. Ich muss schon wieder pieken, äh. Ich, wir haben hier diese, hier, äh, wie heißt das nochmal? Äh, hier, mit Metall dran. Äh, diese, äh, hier, äh, hier Zaun. Äh, Strom, äh, Kabelhalter. Äh, das ist voll Scheiße, durch diese Scheiß-Felt rumzulaufen. Wo ich hier, mir schwer dran ist, diese Scheiße hier zu fliehen. Weck diese Glase. Weil ich schon wieder auf meine Scheiß-Nase gehört hab. Keine Ahnung, da lang kommt das raus. Ich hab jetzt Bier Nummer 7 aufgemacht. Und ich hab gerade geschaut, ich bin zwischen Euten und, äh, Achim. Ich hab fast 20 km gemacht. Kürze gekurbeln. Ich wollte hier, äh, ja, starten und zwar, hat so gelaufen, so eine Kurve. Diese ganz viele Neugiere. Hehehe. So, äh, 13 Uhr. Und ich bin bei Kilometer 22. Und ich werd jetzt erstmal pieken. Schon wieder. So, Bier Nummer 8 aufgemacht. In das Rohrwir. Hat so gelaufen mit meinen Scheißbeinen. Ja, ich bin bei 25 km und ich hab hier Maschine und Traktur. Traktoren von Cut gefunden. Cut Maschine. Weiter zu gelaufen. Und da vorne sind auch ein paar hier, wie heißt das so mal. Äh, diese, diese komische Traktoren mit, ähm, hier. Mit diese komischen Rädern dran. So, ich bin hier zu nackt ausgezogen. Wegen voll cool Wetter. Aber scheiße, ich hab mich schon wieder verlaufen. Äh, ich wollte da lang laufen. Äh, da. Und, ähm, und so, da geht's nicht mal weiter. Ich muss schon wieder zurücklaufen. Das ist voll scheiße. Ne, ich bin bei 27 km. Und gerade, äh, in Achim. Ich mach jetzt mal eine erste Scheißpause mit, äh, meinem neunte Scheißbier. Und mit ein paar Scheißbrötchen, was ich von zu Hause zum Fräsen mitgenommen hab. Äh, ich sitz hier, äh, ich hab 28 km gemacht. Hier ist noch eine Scheißbank. Und hier ist so ein voll Fetzel mit, äh, hier hinten mit Kuchen dran. Die gerade, die da rumschweben. Und, ähm, ich hab mir überlegt, mich hier nochmal hinzusetzen. Weil ich noch nicht genug gefräsen hab. Noch mal ein Brötchen fräsen. Und dann gleich nochmal weiterlaufen. Oh scheiße, ich hab hier Verletzung gemacht. Immer ein scheiß Knirschel. Ich hab mit dieser Schuhseite hier, ja, hier dran gesiegt. Das war voll scheiße. Und dann hab ich diese scheiß Verletzung gemacht. 30 km. Und ich hab hier Filzlatschock gefunden. Und hier ist Ohren hochgeweht. Ich bin zwischen scheiß Achim und Arschloch-Langwedel. Kurzmann. Kurzmann. Ich hab 33 km gemacht. Und ich hab jetzt ein Date mit, ähm, Edeka gemacht. Um scheiß Eis zu holen. So, ich hab mein scheiß Eis aufgefressen. Und so ein Schluck scheiß Buttermilch getrunken. Und, ähm, hier ein Stück scheiß, ähm, hier Sonnencreme draufgetragen. Für meine scheiß Stählen von hier, mein Kopf. Und diese beschissene Drecks, ähm, Schultern. Aber jetzt bin ich fertig und schluck scheiß Buttermilch gesoffen. Ich hab, äh, hier Buttermilch mit scheiß Herdbeer gekauft. Jetzt aber weitergelaufen mit scheiß Beine. Ich glaub noch nicht, was die Hälfte geschafft. Ne, 34 km. Und ich bin bei Stadt Erdhülse. Und das ist hier Schule Erdhülsen. Jetzt gelauf ich weiter. 18 scheiß Uhr. Und ich hab, äh, ein bisschen mehr als 38 scheiß KM gemacht. Immer noch auf dem scheiß Weg nach scheiß Langwedel. Meine scheiß Füße. Ähm, kam langsam, äh, Druck dran. So langsam voll Fettschmerz kommt. So, ich hab neues Bier aufgemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das Bier das war. Aber ich glaube, neunte oder zehnte, ich glaub neunte. Wird hier jetzt weiter zu gesoffen und zu gelaufen. Guck mal, scheiß Zugpferd. Scheiß Zugpferd. Scheiß Zugpferd. Wir kommen weiter. Und jetzt kommt diese scheiß Schrecke hoch. Und ich muss da alle. So, 40 km gemacht. Und ich hab hier schon wieder Bier aufgemacht. Ich glaube, das ist jetzt mein zehntes scheiß Bier. Für heute. Hier sind jetzt 40 scheiß KM. Ja. Ich bin scheiß Langwedel angekauft. Hier ist Lang, äh, scheiß Bahnhof von Langwedel. Jetzt muss ich einen scheiß Supermarkt finden. Damit ich, äh, schon wieder Bier kaufen kann. Haha. Und, äh, Akkuladegerät. Hier, Akkuladekabel. Weil man, andere Akkuladekabel, wenn man Handy nicht aufladen. Das ist voll scheiße. Und nicht, dass man scheiß Ende alle wird. Dass ich, äh, die Strecke nicht weiter filmen kann. So, ich hab's scheiß Ladekabel. Und, ähm, 5 Nürnbergern gekauft. Neue Scheiß Bier, damit ich noch mehr Bier trinken kann gleich. Nee, das ist... Ich hab gerade, äh, hier. Wie heißt das sobal? Äh, Dugle kommt. Äh, Winkelz, äh, kommt, äh, hier. Hab mich, äh, mir hat angezogen. Und ich hab hier jetzt, glaub ich, mal 10. Scheiß Bier aufgemacht. Ich bin auch in Langwedel. Aber jetzt gehen wir weiterlaufen. Ja, das ist richtig Zucker. Das wird immer dunkler. Das ist richtig voll Bier. Voll Scheiße. Voll Kurwa. Muss ich gleich mal ne Scheiß Kopflampe anziehen. Ich hab mein Scheiß Bier fast alle. Ne, ich hab mein, äh, hier. Wie heißt das Ding? Mein 11. Scheiß Bier, glaub ich. Äh, aufgemacht. Jetzt zu getrinken. Jetzt kann ich weitergehen, weil ich hab Bier getrunken. Ne, ich hab grad ein... Magin, ich bin jetzt grad bei McDonalds. Ich hab diese McDonalds aus Toilette benutzt. Und jetzt hab ich mein 12. Scheiß Bier, äh, aufgemacht. Und, äh, ich hab einmal Ginesium genommen, damit ich noch mehr laufen kann. Dieses Scheiß McDonalds, das ist aus, äh, Fähren. Ich bin in Fähren angekommen und ich wusste das gar nicht. Ich bin jetzt grad bei 48 km. Und jetzt, äh, weiterlaufen. Ich hab voll verlaufen. Haha. Äh, ich wollte nach, äh, Scheißbisschen höfere. Zu gelaufen. Es scheiß dunkler. Aber, keine Ahnung, wo ich laufe. Vielleicht von Fähren nach Rothenburg. Oder so. Weil das ist halt noch mehr lang. Äh, hier noch mehr Scheiß-KM. Und danach nach Soilto. Ich muss mal gucken, wo ich langlaufe. Ich weiß es noch nicht. Das wird ne Abenteuernacht. Äh, ich muss meine Scheiß-Lampaden machen. Hier. Und, äh, hier, wie heißt das? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab, äh, jetzt gerade 15 km gemacht. Hier, ich hab vergessen zu sagen. Ich hab mein 13. Scheißbier aufgemacht. Jetzt Bier trinken. So, jetzt kann ich lau weiterlaufen, weil ich Bier getrunken hab. Äh, Rotenburg. 21 Scheiß-Kilometer. Äh, fern bin ich jetzt 5 km. Äh, hör weg. Aber vorhin in Fähren stand da auch 21 km drauf. Äh, das ist das falsche Zucker, dass die das ganz oft falsch machen. Äh, die falsche Anzahl an km. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich durch den ganzen Scheiß Wald laufen. Bei dieser Scheiß-Drecksland-Straße. Äh, bis hier Scheiß-Rotenburg kommt. So gekommen. Äh, da vorne ist so ein Scheiß-Strom-Zaun. Und, äh, da ist kaputt dran. Weil das leuchtet. Und das macht hier diese Scheiß-Geräusche. Diese Scheiß-Funken. Äh, hier Stromverschwendung. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das hier, das sieht voll gruselig aus. Wenn ich da mit meiner Scheiß-Kopflampe, äh, dahin blende. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr diese, diese, diese komische Augen? Sieht mit dieser Scheiß-Kopflampe ganz gruselig aus. Von weitem, ey. Besonders. Nee. Ich glaub, äh, hier. Wie heißt das? Äh, 13. oder 14. Scheiß-Bier. So gesaufen. Und jetzt weiter zu gelaufen. Nach Rothenburg. Äh, äh, 58 Scheiß-K, äh, Keimen gemacht. 58. Das ist mein Scheiß-Rekord. Und ich werde jetzt noch mehr laufen. Und ich habe jetzt, äh, neue Bier, äh, äh, aufgemacht. Ich glaub, vielleicht mein 14. oder 15. Scheiß-Bier. Ne, ich hab 63 Scheiß-K, äh, Keimen zurückgelegt. 63. Und das hier ist mein 16. Bier, glaub ich. Kann ich jetzt nicht täuschen. So, und jetzt weiter zu gelaufen bis nach Rothenburg. Äh, Arschlochen. Ich hab geschafft hier zu Rothenburg, äh, dran zu kommen. Weil mir jetzt kalt ist. Ähm, glaub ich mach ich ne größere Pause. Such mir so ne scheiß Sparekasse aus. Weil da wahrscheinlich bestimmt warm ist, falls sie offen hat. Und dann fähr ich dann noch runter. Bis, ähm, bis wenn das, wenn das morgens hell ist. Ist ja noch ein paar Stunden. Ich glaub, 4 Uhr, 3 Uhr oder so haben wir jetzt. Ne, Sparekasse gefunden. Ich hab 71 Scheiß-K, ähm, gemacht. Und jetzt ist, 4 Uhr. Drossel ist scheiße kalt. Und ich glaube, die nächsten paar Stunden penne ich hier erstmal. Hehe, hier ist ein bisschen mehr Warben dran. Und dann, und dann weiter nach Solte laufen. Mit Beinen, mit Scheißbeinen. Na, guten Morgen. Natur urinisch aufgestanden. Ich bin kurz nach 4 in dieser Sparekasse eingepennt. Und so um 8 aufgestanden. Also knapp 4 Scheißstunden gepennt. Ja, kurz davor. Und eben gerade hier, ähm, beim Scheißbäcker, zwei Kaffee und ein Scheiß-Kroissant geholt. Um das zu gefräsen. Äh, jetzt haben wir 9 Uhr ungefähr. Und jetzt geh ich mit, wenn meine Scheißbeine, äh, zu Fuß von Rotenburg bis direkt nach Solte. Da sind auch noch ein paar Scheiß-Kroissant. Äh, diese Scheißaufzeichnung, die ich gemacht hab gestern. Von, diese Scheißstrecke von 70 km, noch was. Die hab ich vom Penne gehen angehalten. Und jetzt eben grad, äh, 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 jetzt lass ich die wieder laufen. Da wird noch mehr Kalbs kommen. In ein paar Scheißstunden, dann bin ich im Scheiß-Soto. Und meine Scheißbeine schmerzen. Das ist voll cool, ich mag das. Das müsst ihr auch wohl genauso machen. So, weiter zugelaufen. Bisschen Scheißzähne waschen. So, 73 km. Voll cool Wetter. Wieder warm. Mein letztes Bier aufgemacht. Was ich im Rucksack drin hatte. So, jetzt ab noch so, äh, Scheiß-Soto laufen. Ne, äh, Rotbock, äh, Verschwindung gemacht. Und jetzt sagt Brüger Brocke, äh, da laufen. Und ich hoffe, dass da hinten so eine Scheiß-Tagstelle zum Bier kaufen ist. Ich hab vorhin gesehen, dass, äh, dass von hier, äh, Scheiß-Soto noch 436 km sind. Hä? Ich hab Fettlandschaft mit urinfarbigen Tulpen gefunden. Und hier mach ich so ein bisschen Scheiß-Pause. Hier, ähm, meine Scheiß-Füße lüften. Damit Luft kommt. Und vielleicht ein bisschen Scheiß-Beine hoch machen. Damit mein Scheiß-Blut, äh, von oben, von dieser Scheiß-Füße, zu meinem Kopf runterläuft. Dann kann man besser laufen und noch mehr sogar. Uiuiui. Ja, jetzt fühl ich mich wieder viel, viel mehr fit. Kann ich Ihnen empfehlen, wer so richtig Voll-Fett-Wanderung macht. Dass, wenn, wenn man merkt, dass da, dass da ganz viel Schmerz kommt zum Scheiß-Füßen. Und dass man kaum noch laufen kann. Dann, ähm, Scheiß-Schuhe ausziehen. Und Scheiß-Socken, dass man barfuß ist. Äh, und diese Scheiß-Füße dann hoch packen. Äh, über den Kopf legen. Damit Scheiß-Blut von, von Scheiß-Füßen zum Kopf kommt. Dann fühlt man sich nach 15 Minuten oder so besser. Äh, ich muss über diese Holzbalken rüber. Holzbalken. Fluss. Mit Vogelgrieb-Uri-Suf drin. Äh, da ist so ein Scheiß-Schild, wo draufsteht 26 Scheiß-Kilometer bis Soltau. Zumindest, wenn ich diese Scheiß-Landstraße hier, äh, die ganze Zeit folgen würde. Und ich hab jetzt 82 Kalben fast. Äh, äh, 94 Scheiß-Kilometer gemacht. Scheiß-Kalben. 92. Noch 5 Kalben, dann hab ich 100 gemacht. Noch, äh, knapp 20 Kalben bis, äh, Soltau. Fußschmerzen. Fußschmerzen. Scheiß-Fußschmerzen. Ne. Ich hab 100 KM gemacht. Jetzt. Das erste war immer ein Scheiß-Leb, das ich innerhalb eines Scheiß-Wochenendes 100 KM gemacht hab. Mit, äh, mit Scheiß-Pfeiern. Ich hab ganz große Scheiß-Fußschmerzen. Aber das muss so. Ich mag's. Weil das ist voll cool. Ne. Vielleicht noch 12 KM. Dann bin ich, äh, hier in Scheiß-Soltau. Und kurz davor komm ich gleich in neuen Kirchen an. So ne alte Frau hat gesagt, dass da vielleicht ein Kiosk ist. Dann kann ich da, dann kann ich da wieder Bier kaufen. Mich hat das voll aufgeregt. Ich musste von, seit Rotenburg hab ich keinen einzigen Scheiß-Kiosk oder, oder Tankstelle getroffen, die, die Bier zu verkauft. Vielleicht kann ich endlich Bier kaufen. Trinken. Jetzt war ich ganz kurze 10 Minuten Pause Barefuß. Und dann geht's weiter. Zackstelle gefunden mit, ähm, hier. Wo man auch Bier kaufen kann. Voll cool. Jetzt, jetzt kann ich schon wieder Bier trinken. Oh Scheiße, das wird immer dunkler und dunkler. Weil da hinten ist voll fett Mond. Aber ich glaub noch, ähm, hier, äh, zwei, ne, eine, hier. Noch 5 Scheiß-Kilometer ungefähr bis Soltau. Und dann hab ich geschaffen. Ja, vielleicht noch eine Stunde laufen und das war's auch. Und dann hab ich geschaffen. Diese, diese voll cool Wanderung Tour. Und, ähm, Fußschmerzen. Das ist voll cool. Ich mag das. Das müsst ihr auch so machen. Ne, ich bin in Scheiß-Soltau angekommen. Ähm, ich konnte kein Licht machen beim Ortsschild. Weil, ähm, mein Scheiß-Sakku zu leer ist. Aber ich bin in Soltau angekommen. Und ich brauch jetzt noch 1-2 km. Und dann bin ich bei Kumpel, wo ich Übernachtung mache. Angekommen. Das war voll cool Tour. Ne, ich bin grad zu Hause bei Videobeschneidung. Das Video kommt jetzt erst, weil ich, äh, eine Woche danach, äh, in meiner Heimatortschaft Soltau war. Um Familien und Bekanntschaften zu besuchen. Freundschaften. Und ich werde euch über Aufzeichnungsapplikationen zeigen, wo ich überall lang gelaufen bin. Ich bin am ersten Tag diese Strecke gelaufen. Am Geschwindigkeitsprofil kann man sehen, dass ich in knapp über 21 Stunden 71,5 km zurückgelegt habe. An dem Tag habe ich 18 Bier gesoffen, wie ihr vorhin sehen konntet. Ich bin am ersten Tag über folgende Ortschaften gelaufen. Bremen-Hemeling, Bremen-Osterholz, Euten, Achim, Etelsen, Kluvenhagen, Langwedel, Dauelsen, Walle, Heidkrug, Eversen, Unterstedt und zum Schluss Rotenburg-Wöme. In Rotenburg-Wöme habe ich, äh, circa vier Stunden in dieser Sparkasse gepennt. Am zweiten Tag bin ich voll in die Strecke gelaufen. Am Geschwindigkeitsprofil kann man erkennen, dass ich insgesamt 114 km in 39 Stunden Aufnahmezeit gelaufen bin. Also sprich, 39 Scheißstunden mit Pause. Mit, mit dieser Unterbrechung von Pennen und, äh, Pausen und andere Pausen und unter der Ampel warten und so weiter. Und sprich, äh, 114 Scheißkeim minus 71,5 km vom Vortag gleich 42,5 km bin ich am zweiten Tag gelaufen. Am zweiten Tag bin ich folgende Orte gelaufen. Rotenburg-Wöme, Schemsbünde, Brocke, Hemslingen, Sölingen, Tevel, Bruchdorf, Neunkirchen, Leverdingen und Soltr. Soltr war mein Zielort. Das war meine bisher längste Wanderung gewesen. Und definitiv nicht die letzte. Weil ich das voll cool fand. Das war voll cool, diese voll Fettbeinschmerzen zu haben. Fußschmerzen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf das nächste Video, auf das nächste, äh, keine Ahnung, welches Scheißthema ich mache. Bis zum nächsten Mal, euer beschissener Natururin. - Untertitelung des ZDF, 2020